Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Blackguards Teil 2. Wir haben im letzten Video die Kerker von... Zirik? War das richtig? Moment. Menjong? Achter. Von Zirik, genau. Die Festung Zirik, die haben wir eingenommen. Das war das. Festung Zirik, genau. Und schrubb. Da haben wir jetzt ein paar neue Söldner bekommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Können wir aber so nicht sehen, ne? Faramut, Schwertkämpfer. Wieso haben die keine Abenteuerpunkte bekommen? Verstehe ich nicht. Hm. Das ist seltsam. Ich dachte, die bekommen Abenteuerpunkte. Oder wir kriegen nur Abenteuerpunkte zusätzlich. Wir machen oder nicht? Strange. Okay. Quatschen wir mal alle nochmal an. Was machst du da? Fliegen, fangen. Es ist ein Trick. Greift sie von vorn. So fliegen sie direkt in eure Hand. Spinnen haben ihre eigenen Mittel gegen Fliegen. Wir locken sie in Netze. Und vergiften sie. Erzähl uns was über den Gott Chor. Du wirkst anders als... Weshalb folgst du dem Schlachtengott, Faramut? Wem würdet ihr folgen, wenn Götter und Dämonen zur letzten Schlacht rufen? Hm. Keiner. Ich hätte mein eigenes Banner. Wieso wurdet ihr verbannt? Wer das Gute will, hat immer Feinde. Verstehe. Ihr seid Paladine des Lichts. Ja. Aber unser Handwerk ist grausam. Der letzte Emir hatte nicht den Magen dafür. Aber ich weiß, euer Magen ist stärker. Okay, wir können wieder nur Selbstgespräche. Die führen wir nicht. Sehen wir gar nicht ein. Warum hat deine Sippe dich verstoßen? Warum kümmerst du dich nicht um deinen eigenen Kram? Nein, nein. Ich bin die Ruhe selbst. Vielleicht muss ich ihn auch Fuchsteufels machen. Hm. Selbst ein Zwerg muss doch noch irgendetwas anderes wollen als Gold. Ja, Mädchen mit der Maske. Wir wollen auch Bier und ein Dach über dem Kopf. Und meinetwegen jedes andere wahre oder falsche Vorurteil, das du dir wünschst. Ich glaube, du willst nach Hause. Genau. Ich habe so schreckliches Heimweh. Danke, dass wir darüber geredet haben. Jetzt lass mich essen. Verspürst du niemals Hass? Wie? Auf euch, Herrin? Ja. Wünschst du dir nicht, frei zu sein? Nein. Lebensziele, Pläne. Das ist alles viel zu ermüdend. Sklave sein ist entspannend. Aha. Weshalb wurde Naorim verstoßen? Weißt du irgendwas? Versprecht mir, dass er diese Geschichte nie erwähnt. Aber sicher. Wenn ihr ihn darauf anspricht, garantiere ich für nichts. Versprochen. Naorim wurde nicht verstoßen. Er hat sich selbst verbannt. Aus Scham darüber, dass er seine Feuertaufe nicht bestanden hat. Feuertaufe? Ein lächerliches Ritual für junge Zwerge, die erwachsen werden. Sie müssen sich überwinden, durch ein Feuer zu gehen oder dergleichen. Ich dachte, Naorim mag Feuer. Oh, er ist besessen davon. Jetzt wisst ihr, warum. Mhm. Vielleicht kann ich uns das nochmal nutzen. Wie fühlt sich das an, ein Gott zu sein? Wenn alle zu dir aufschauen. Wie Samthauch aus den Blüten des schleichenden Todes. Am ersten Tag fühlst du dich frei wie ein Vogel. Danach drückt es dich nieder. Deine ehrliche Meinung. Werden wir gewinnen? Nein. Wir werden ein legendäres Ende finden. Wie Hayatepe, als er auszog, die Yakai zu jagen. Ja, deswegen ist er überhaupt mit. Wenn er wüsste, dass wir gewinnen, wird er, glaube ich, gar nicht hierüber mitkommen. Er wollte ja einen ehrenhaften Tod haben. Schauen wir uns mal an, was wir für Gegenscheine bekommen im letzten Video. Hier so ein schicker Lederhahnig. Schauen wir mal, dass es einem Naurien ein bisschen was geben. Giftresistenz 10 runter. Dafür wird Stich erhöht. Nimm das mal. Lederbeinlinge auch. Und Lederstiefel. Hier hattet Lederstiefel. Jetzt brauchst du nur noch den Lederhelm. Man hatte Bonus gehabt. Ah genau, Ausdauer plus 5. Waffenbalsam. Mehr Schaden. Können wir für schwierige Kämpfe aufbewahren. Vielleicht gebe ich dir ein Schild. Dann bist du mein Tank jetzt. Okay. Obwohl, ich habe da schon Punkte reingesetzt in beidhändiger Kampf. Muss ich gleich mal schauen. Das Mal können wir sonst verkaufen. Okay. So weit, so gut. Charakterbogen. Spezialmanöver. Sonderfertigkeiten. Ja, wir haben einen Punkt im beidhändiger Kampf schon. Nee, 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 nee. Dann würde ich sagen, kämpfst du auch weiter mit zwei Waffen. Ich finde irgendwann nochmal eine schicke Axt für dich. Ah. So war es eigentlich nicht gedacht. So, genau. Schauen wir mal, was du hast. Jo. Warte. Kampfstab. Kriegern oft als Wanderstag abgetan. Ist der Kampfstab eine effektive und flinke Waffe, wenn man sie zu führen weiß? Okay. Gehen wir nochmal zu Kassia rein. Ist auch besser als die Waffe. Und dann werden wir zwei Handhiebwaffen, wo wir mal höher machen. Ein paar Pücken klein, damit sie sich verteidigen kann. Und dann wird sowieso alles mit Magie sonst hantieren. So weit, so gut würde ich sagen. So, Ausrüstung. Sagen wir mal, wir haben hier die Kaff-Taten. Die braucht doch kein Mensch mehr. Moment mal. Hat er 35 Giftresistenz? Irgendeiner hat ein Oberteil nicht? Du hast kein Oberteil, du kannst das anziehen. Und die kann verkauft werden. Achso, ich hätte den schwarzen Kaff-Taten anziehen sollen und die hier verkaufen sollen. Ja, egal. Jetzt ist es so. Dann schauen wir gerade nochmal rein beim Charakterbogen, ob wir nicht bei Kassia ein bisschen bei dem Waffentalent reinsetzen. Zwei Hand Waffen. Und ich hoffe, dass das wirklich die Zauberstäbe jetzt sind. Dass das nicht auf Stäbe gehen wird. Ah, hier. Zwei Hand Waffen können verheerende Schäden anrichten, sind dafür aber äußerst unhandlich und bieten nur sehr wenig Schutz. Ausnahme sind die Zauberstäbe. Sie richten zwar nicht viel Schaden an, bieten Zauber und auf jedem, aber je nach Stab besondere Vorteile. Okay, es ist definitiv der Stab. Setzen wir mal alle Punkte rein, die wir haben. Und gehen komplett auf Verteidigung. Das ist schon mal richtig. Schließen. Speichern. Und wir wollten hier beim Nauriem nochmal ein bisschen die Werte verändern. Damit der auch mal verteidigen kann. Sagen 30 auf Angriff, weil das schon wichtig ist bei ihm. Du bist sowieso auf Verteidigung. Und du brauchst nicht so viel Angriff. Machen wir mal so in etwa. Jo, ich glaube das ist so in Ordnung. Und hey, wir können gar nicht raus. Warum? Weil das hier ist und hier ist der Ausgang irgendwo. Das ist seltsam. Gehen wir mal darüber. Muss ich vorher irgendwas machen? Ich muss den Übungskampf machen oder warum geht es hier nicht raus? Hier ist doch Exit. Weiterspiel. War hier nicht irgendwo der Ausgang? Ah, verlassen. Space. Okay. So, dann schauen wir uns mal die Erzmühle an, wo die Goblins drin sind. Wenig rührte sich an den Rändern des Emirats. Niemand scherte sich um Cassias kleine plündernde Schar. Nur eine weitere Bande aus den Fünften. Eine weitere Mücke, die stach. Also, ich würde sagen, Bogenschütze ist ganz okay. Wieso hat der einen Stern? Bei Nahkämpfer plus 10 Schaden, jetzt momentan erzähle ich das richtig. Ich hätte lieber aber trotzdem gerne Fernkämpfer, glaube ich. Ja. Oh, ich habe Stolperfall entdeckt. Ei, ei, ei. Genau, deshalb Fernkämpfer. Super Sache. Oh, da flieht einer. Warum? Kann der hier irgendwo Alarm schlagen? Wahrscheinlich wollen die eher anstatt Alarm schlagen mich in die ganzen Fallen locken, die hier sind. Wer von uns ist denn da sehr bewandert drin? Das wird wohl Sinneschärfe sein. Takate? Okay. Da war auch nur einen Punkt da drin. Ich muss irgendjemanden mal hoch machen damit. Ah, und schon in der Falle geraten. Super. Okay. Soviel dazu. Soviel dazu. Die sollten wir mal one schauen. Nehmen wir mal die Stufe 2. Schauen wir mal, ob das reicht. Oh, wir können sogar die da hinten. Sehr schön. Nehmen wir doch die. Wo wollt ihr denn hin? Ach, ich liebe Kassia. Ja, jetzt kommt der, der Pferden suchen hat, nicht nach vorne. Das ist schlecht. Also wartest du. Oder musste der das als Talent sogar nutzen? Ne, ne? So war das nicht gewesen. Ne, ne, ne. Du wartest ab. Ja, du kommst da auch nicht durch. Bringt nichts. Deswegen. Versuch dein Glück. Na? Shit. Wollte ich doch gar nicht. Na komm, abwarten. Abwarten. Ob das Kassia wieder gehen kann. Ach, und da ist die nächste Falle. Schande. Los, entdeck die Fallen. Ach, da war doch noch eine Glocke. Alles. Okay, also doch Falle. Äh, Alarm geschlagen. Habe ich nicht gesehen, die Glocke. Mist. Gibt es hier irgendwo Truhen? Nichts zu plündern. Die Frage ist, ob dann hier aus den Gängen jetzt noch mehr kommen, weil er gegengeschlagen hat. Ich hätte sie direkt töten müssen. Alarm. Mist. Hm. Na gut, wachten wir mal ab. Die Frage ist, wenn die Gegner nicht durchrennen, passiert denen was, wenn das deren Fallen sind? Äh, ich dachte ich bin genau... Ach, Schande. Ja, wartet mal ab. Boah, ist das mies hier. Ist das wieder mal mies. So, finden wir mal den Weg, wo es lang geht. Jetzt die Frage, da hoch oder da? Also wahrscheinlich da hoch, ne? Da ist bestimmt wieder eine Falle. Ja, und die Scheidner einfach durchrennen zu können. Aber die sollten kein Problem sein, wenn die alle auf einem Haufen gleich sind. Also kommt wesentlich mehr, so wie es aussieht, echt durch den Alarm. Mist. Na ja, gut. Man lernt aus Fehlern. So, teste du mal, was hier lang geht. Triffst du von hier überhaupt? Ne, da triffst du gar nicht mehr. Schau mal, wo hier Falken sind. Das sieht ganz in Ordnung aus. Oh, die sind ja alle schön auf einen Haufen. Da muss ich jetzt gleich mal einen dicken Feuerball hin und pfeffern. Boah, es kommen echt viele. Also ich hätte echt schnell ausschalten müssen. Die drei. Ohohoho. Ich glaube, das sind explosive Fässer da hinten. So. Immer so. Und... Wer sagt's denn? Das ist okay. Und der Nächste weg. Mist. Okay, abwarten. Jetzt soll ich die Vorderung bekämpfen, bis alle hier sind und dann den Feuerball machen. Ich glaube, hier könnte ich einen hinpfeffern und hätte dann hier die 6 Felder. Du triffst keinen. Wenn du da oben hingehst, ja, dann triffst du welche. Du wach das mal da hinten ab. Du wach das auch ab. Abwarten, abwarten. So, du kannst hier keinen Schaden machen. Ah, doch, hier auf dem Fernkampf. Die Frage ist, kannst du deine Waffe wechseln? Hast du vielleicht... ...ein Kurzschwert hast du. Sehr gut. Ah, kannst du aber nicht mehr zuschlagen, ne? Dafür braucht man... Was war das für eine Fähigkeit? Kriegskonsten war das, glaube ich, ne? Stufe 4 in Teil 1. Freie Aktion, Waffenwechsel. Kostet dann keine Runde, ist nicht schlecht. Und weg damit. Ah, nein, die haben einen Zauberer. Ah, Schande. Ich muss raus. Die haben einen Schamanen. Jetzt habe ich da nicht drauf geachtet. Goblin-Schamanen. Ach du je. Und jetzt pfeffert die voll die Sachen dahin. Nix wie weg hier. Stehen doch noch alle auf einem Haufen. Gar nicht gut. Der darf nicht sterben, der Bogenschutz. Obwohl, die haben keine Erfahrungspunkte eben bekommen. Ist dann wohl egal zu sein. Egal, wir heilen ihn. Ja, da sollst du jetzt nicht reingehen, weil die Kasse, er soll jetzt da einen Feuerball reinpfeffern. Ah, nein. Das ist aber nicht gut. Mist. Ja, 2 ist besser als nichts. Und ich würde sagen, du stoppst durch. Du sollst da hinten sich mal um den da kümmern. Der macht mir grad ein bisschen Sorgen. Ja, triffst du nicht, ne? Schlecht. Nein! Ah, er hat mich getroffen, weil er keinen Bogen ausgewählt hat. Scheiße. Ich bin einfach noch nie. Ja, genau. Man muss wechseln wieder auf Bogen. Oh, 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 oh. Ja, und da ist alter Futschment. Gefällt mir nicht. Minus 2 und er ist direkt weg. Ich kann ihn also nicht mehr wiederbeleben. Schaden. Das ist doch doof. Fällig. Warum hat Anomo 15? Das läuft alles nicht so gut. Und das ist das, was ich meinte, wie bei Teil 1. Man muss im Endeffekt das Level erstmal kennenlernen. Den Kampf. Wenn man den dann weiß, wie der geht, dann geht es eigentlich auch. Man muss das immer so ein bisschen erkunden. Ah, besser hier hin. Da kann ich noch einmal zuschlagen. Ja, dann mache ich da mit Schaden. Das ist nicht gut. Sehr gut. Und tschüss, Jungs. Hey, warum rennst du da nicht hin? Was macht er denn jetzt? Hm. Und der nächste Feuerball. Ich ne, fuck sie aus Flammenstrahl. So. Geh etwas vor. Oh, Mann. KI. Du siehst doch, wenn da eine Falle ist, warum rennt er dann noch rein? Ich kann da noch drum herum rennen. Ich kann da noch drum herum rennen. Äh. Ich will nicht alle. Äh. Jetzt muss ich ne Tarkate mitnehmen. Wollen wir nicht. Komm. Dann nehmen wir die zwei. Er bleibt komischweise im Minusbereich weiter und wir können ihn noch heilen. Ist auch strange. So, wir brauchen auf jeden Fall Heilung. Sehen ihn nicht. Ah. Ich spüre die Kraft. Ich bin wieder da. Also ich scheine keine Astral-Energie mehr zu haben, deswegen geht es ja wohl in den Nahkampf. Ah. So was ist das? Oh. und weg ist sie ist immer noch nicht wer auch immer diese mine gebaut hat hatte keinen schlimmer folgt mir ich weiß wo die schönsten erbse wachsen also ich vermute dass ich unendlich viele von den bogenschützen haben dass das egal ist dass der jetzt gestorben ist aber ich bin mir nicht sicher eine knochenkeule von diesem tag an wurden wertvolle ärzte nach helden reingekarrt und von helden rein in kassias lager haben alle verteidigung bekommen plus 10 aber war das jetzt schlimm dass wir den einen verloren haben scheinbar nicht was bedeuten hier die sterne was ist mit faramut warum kann ich den nicht mit rein nehmen dann würde ich sagen das quatschen machen wir wieder beim nächsten mal bis demnächst ja tschot